Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem Video, zu dieser Zwischenrunde. Ein kleines Appetithäppchen zum Sonntag. Ihr fragt euch, warum spielt jetzt Bayern gegen Braunschweig und dann der VfB Stuttgart oder Mannheim gegen Schalke. Ich habe das Ganze ausgelost. Ich zeige euch das gleich, wie es dann aussieht. Beziehungsweise ich zeige euch erstmal das Elfmeterschießen zwischen Stuttgart und Mannheim. Da entscheidet sich dann, wer Erster wird und wer in die Zwischenrunde muss. Und deswegen schauen wir kurz aufs Elfmeterschießen und dann auf die Auslosung. So ging es dann also ins Elfmeterschießen. Der VfB Stuttgart konnte beginnen. Die erste Chance, die nutzte Silas dann auch. Koffi auf der anderen Seite ebenfalls kalt gegen Jens Greil. Dann trat Kakao an und der scheiterte am Pfosten und an Bartels. Mannheim mit der Chance zu erhöhen, aber das hat nicht geklappt. Mangala hingegen glich dann immerhin wieder aus. Trotzdem noch ein Vorteil für den VfB, weil Korte den Ball an den Pfosten setzte. Jetzt die Lupferaktion frech, aber mit Erfolg. Und wenn der nicht reingeht, dann ist der VfB Stuttgart Tabellenerster und darf direkt ins Viertelfinale. Und so war es dann auch. Kral hält den Ball fest. Es geht für den VfB Stuttgart nicht in die Zwischenrunde, sondern direkt ins Viertelfinale. Für den SV Waldhof Mannheim bedeutet das dann eben, sie müssen noch nachsitzen. Darf dann gegen den FC Schalke ran. Und das schauen wir uns an. Ja, also damit ihr seht, dass es quasi mit rechten Dingen zugegangen ist. Oder was heißt quasi, dass es mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich habe hier die Mannschaften in so einen Zufallsgenerator eingetragen. Der SV Waldhof Mannheim ist dann eben statt Stuttgart noch mit dabei. Dort habe ich das Ganze dann eingegeben. Und es kam raus, Mannheim spielt gegen Schalke und Bayern gegen Braunschweig. Und die beiden Spiele, die darüber entscheiden, wer ins Viertelfinale kommt, schauen wir uns doch jetzt mal an. Für den SV Waldhof Mannheim ging es darum, das verlorene Elfmeterschießen jetzt schnell abzuhandeln. Gegen den FC Schalke 04 sollte es ins Viertelfinale gehen. Denn die Königsblauen haben aber auch noch einiges vor, noch ohne Gegentor in diesem Turnier. Aber auch nur zwei geschossen. Benito Rahmann hatte die erste Möglichkeit. Nach fünf Spielminuten probiert er es hier aus spitzen Winkel. Wirklich gefährlich wird es nicht, aber es war zumindest mal eine Annäherung. Die Anfangsphase hier machte richtig Spaß. Und Waldhof Mannheim agierte auch nach vorne. Koffi mit dem Lupfer in den Lauf von Korte. Der nimmt den richtig gut mit. Mit Gianluca Korte scheitert dann Fährmann und der schmeißt sich dann im zweiten Versuch drauf. Klasse Aktion hier. Um ein Haar der Führungstreffer für Mannheim. Der FC Schalke 04 dann auch weiterhin nach vorne aktiv. Das ist Ebbe Sand, der sich da schön um den Gegner dreht. Benito Rahmann bedient. Und in der 21. Minute stand es dann 1 zu 0 für Schalke. Mannheims Defensive immer einen Schritt zu spät. Und so im Rückstand. Aber lange Zeit beschäftigte sich der SV Waldhof Mannheim nicht damit. Und spielte auch erfrischenden Offensivfußball. Flanke von Hofrath. Kopfball Guaida abgefälscht oder abgewehrt vor die Füße von Kevin Koffi. Der in der 28. Minute den Ausgleich bereits markieren konnte. Es war auch immer mal wieder eine hitzige Partie hier in Lüfici, der aber den Gegner nicht trifft. Und selbst wenn. Es gibt ja keine Fouls und dementsprechend auch kein Elfmeter. 1 zu 1 nach 45 Minuten. Der zweite Durchgang lief dann etwas stotternd an, was den Blick auf den Motor betrifft. Der SV Waldhof Mannheim war aber etwas dichter dran. Es gibt ja keine Verlängerung per se. Es gibt dann ein Golden Goal. Aber nach 120 Minuten geht es dann doch ins Elfmeterschießen. Hier mal wieder eine Möglichkeit, die aber kein Problem für Ralf Fährmann darstellen sollte. Weniger als eine Viertelstunde noch regulär zu spielen. Mannheim wollte es jetzt hier nach 90 Minuten regeln. Nastasic schmeißt da alles rein. Es war eine zähe Sache im zweiten Abschnitt und es passierte auch nicht mehr viel. Wir springen in die 90. Minute. Schalke vielleicht jetzt doch noch mit dem Lucky Punch. Raman und Oczipka mit der Flanke. Die ist etwas zu weit und kann von Hofrat geklärt werden. Und dann war es vorbei. Es ging also in die Verlängerung. Aber die können wir uns tatsächlich sparen. Es gab keine einzige Tormöglichkeit. Und so ging es dann folgerichtig nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. Da stand es 3 zu 3. Es ging ins Knockout. Fährmann mit der Parade und Alessandro Schöpf muss den Ball einfach nur über die Linie bringen. Das würde dann hier den Sieg bringen. Sie sehen es an den roten Kreisen da oben, wie viele Elfmeter verschossen wurden. Und Schöpf setzte da nochmal einen drauf. Und Mannheim ging dann in Führung. 4 zu 3. Und die Möglichkeit für Bartels mit einer Parade hier den FC Schalke 04 rauszuschmeißen. Bastian Oczipka lupft das Ding halbgar in die Mitte. Und Bartels wird zum Matchwinner. Der SV Waldhof Mannheim bringt sich durchs Elfmeterschießen erst in die Zwischenrunde. Aber dann im Nachsitzen ins Viertelfinale. Der FC Schalke 04 muss sich tatsächlich jetzt aus dem Wettbewerb verabschieden. Der FC Bayern München hätte sich gerne diese Zwischenrunde erspart. Aber auch Braunschweig nicht unbedingt heiß auf dieses Duell. Aber es musste so kommen. Eine letzte Mannschaft fürs Viertelfinale wird noch gesucht. Der FC Bayern machte zunächst von sich reden. Dann Kimmich mit der Hacke zu Thomas Müller, der den Ball aber deutlich zu hoch avisiert. Die Nummer 25 hier ärgert sich. Aber sonst wäre wohl Engelhardt auch da gewesen und hätte den Ball über die Latte lenken können. Der FC Bayern München aber die klar bessere Mannschaft. Lief dann mit Davis über die linke Seite an. Serge Gnabry hält den Ball richtig gut im Spiel. Geht aber wieder auf die Seite. Davis hat sich stark bewegt. Thomas Müller diesmal macht das besser. 20. Minute 1-0 für die Bayern. Komplett verdient dieses Ergebnis. Und Braunschweig kam nicht rein in diese Partie. Rot war hier. Blau-gelb deutlich überlegen. Gnabry über links. Wunderbare Aktion. Über links ging allgemein ziemlich viel, wenn man sich das hier anschaut. Und das ist ein wunderbarer Treffer von Robert Lewandowski in der 41. Minute. Starke Direktabnahme ins kurze Eck. Aber trotzdem, da ist Engelhardt keinen Vorwurf zu machen. Es war noch nicht ganz Pause. Nochmal die Bayern. Müller. Kimmich. 3-0. Au. Hertorz hart für Eintracht Braunschweig. Und drei Tore nochmal zu erzielen. Alleine oben in die Verlängerung zu kommen. Gegen diese starken Bayern doch eher ein ziemlich hartes, nahezu unmögliches Unterfang. 45 Minuten dafür hatten sie Zeit. Und sie wollten sich nicht viel Zeit lassen. 49. Minute. Kubilanski mit dem Eckstoß von rechts. Und Marcel Beer, der da den Ball behauptet, nochmal raus zu Kubilanski. Der Abschuss hier dann aber. Deutlich zu harmlos. Neuer hat den Ball. Und so verstrich die Zeit. Aber Braunschweig gab sich noch nicht auf. Nick Proschwitz profitiert von einer Balleroberung. Legt den Ball quer. Marcel Beer mit dem 3-1 in der 68. Spielminute. Konnte es nochmal spannend werden. Die Antwort, nein. Danach verbarrikadierte sich der FCB. Lies nichts mehr zu. Gewinnt mit 3-1 und zieht damit als letzte Mannschaft ins Viertelfinale ein. So, dann gibt es heute noch die zweite Auslosung und zwar fürs Viertelfinale. Ich erkläre einmal kurz, wie das Ganze jetzt aussieht. Die vier Teilnehmer, Bremen, Hertha, Nürnberg und Dortmund, sind gesetzt und werden gegen einen zweiten, beziehungsweise eventuell gegen Stuttgart, sich duellieren müssen. Warum ist Stuttgart jetzt nicht in der Gruppe der Ersten oder warum ist Stuttgart nicht gesetzt und trifft auf den ersten Platz? Sie waren der schwächste zweite Platz oder sie waren der schwächste erste Platz, haben sich nur gegen Mannheim durchgesetzt in einem Elfmeterschießen und deswegen müssen sie hier eben sich mit einem der ersten duellieren. Was ebenfalls nicht oder was nicht sein kann, Hertha wird nicht auf Dresden treffen, weil Duelle untereinander, die sich in den Gruppen schon ergeben haben, hier nicht möglich sein werden. Das heißt, Hertha gegen Dresden ist nicht möglich, Nürnberg gegen Bayern ist nicht möglich. Also schauen wir einfach mal rein, ich habe hier wieder einen Zufallsgenerator angeschmissen, Stuttgart, Dresden und Mannheim. Das sind hier die Mannschaften in der Reihenfolge. Stuttgart als erster, Dresden als bester Zweiter, dann Mannheim in der ersten Zwischenrunde und Bayern in der zweiten Zwischenrunde. Also schauen wir rein, die Namen haben sich ergeben und in der Reihenfolge, wie wir sie jetzt hier bekommen, werden sie dann gleich auch auftreten. Die Reihenfolge lautet Stuttgart, Bayern gegen Dresden und da würde ich sagen, das kommt nicht hin, weil wir Nürnberg hier auf dem dritten Platz haben. Das heißt, wir müssen das Ganze noch einmal starten. Ich klicke ein weiteres Mal drauf. Stuttgart, Mannheim, Bayern, Dresden ist wahrscheinlich nochmal genau das Gleiche. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Bremen würde gegen Bayern spielen, das passt. Hertha gegen Mannheim geht auch. Nürnberg gegen Stuttgart passt auch. Und Dortmund spielt gegen Dynamo Dresden. Also dann haben wir unsere vier Viertelfinals. Die gibt es dann morgen im Video, dann am Dienstag das Halbfinale und am Donnerstag dann schon das Finale. Und ja, das seht ihr jetzt gleich nochmal in der Übersicht. Jo, so sieht das Ganze dann aus fürs Viertelfinale. Das wird morgen kommen. Lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und Adios. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.